Kein Märchen, sondern wirklich traurige Wahrheit. Jeder Dritte sorgt weniger für das Alter. So sagt es eine aktuelle Umfrage von Jukov. Meine Damen und Herren, ich steige schon mal sofort in die Überschrift ein. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe heute auf unserem zweiten Kanal eine bessere Rente für alle Generationen einen Beitrag veröffentlicht. Und zwar das Märchen von der privaten Altersvorsorge. Millionen Menschen können es sich nicht leisten. Ja, da können Sie bitte nochmal drauf gucken. Eine bessere Rente für alle Generationen. Und genau das, was ich dort gesagt habe, wird in der Umfrage, die Jukov gemacht hat, die wurde von der deutschen Presseagentur veröffentlicht, wiederum hier von dem Internetportal Ihre Vorsorge. Und dort bin ich einfach mal reingegangen und habe gesehen, was die Herrschaften von Ihrer Vorsorge dazu geschrieben haben. Ihre Vorsorge ist ja sozusagen ein Ableger von der deutschen Rentenversicherung. Und die versorgen hier den Markt mit Nachrichten zum Thema Rente, Gesundheit, Soziales und so weiter. Ja, und es ist wohl so, dass die Altersvorsorge für viele Menschen in Deutschland finanziell schlicht und ergreifend einfach nicht mehr möglich ist. Mehr als die Hälfte der Befragten sagten, dass sie gerne mehr vorsorgen würden, könnten es sich jedoch finanziell nicht leisten. 15 Prozent der Befragten gaben an, weniger als 100 Euro pro Monat in die private Altersvorsorge zu stecken. Das ist also wirklich nicht viel. Ungefähr 32 Prozent von den Befragten dieser Jukov-Umfrage. Wir haben 2000 Befragte sozusagen hier ihre Meinung angegeben, haben gesagt, dass sie weniger für die Altersvorsorge machen und genauso viele gaben an, gar nicht für das Alter zu sparen. Das heißt also 32 Prozent der Befragten, das waren immerhin über 600 Leute, sagen schlicht und ergreifend, wir können es uns nicht mehr leisten oder gar nicht leisten, hier etwas für die Altersvorsorge zu tun. Das heißt also, es bestätigt genau die Annahme aus meinem Video vom 4.10.2023 auf dem Kanal Eine bessere Rente für alle Generationen, dass die private Altersvorsorge ein teurer Spaß ist und dass sich viele Millionen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer das überhaupt nicht mehr leisten können. Und da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, Politik, es muss langsam aber sicher hier mal aufhören, dass sie immer irgendwelche Mätzchen machen und so tun, als ob die Riester-Rente 2 oder die sogenannte Aktienrente hier die Rettung der deutschen Rentenversicherung ist und den Leuten auch eine armutsfeste Rente gibt. Das wird so nicht passieren, meine Damen und Herren. Das heißt also, wir werden definitiv, wenn hier nichts passiert in Deutschland, werden wir eine Armutswelle unter Rentnerinnen und Rentner bekommen, die ungeahnten Ausmaßes ist und die Kosten für die Rentenversicherung werden definitiv explodieren. Spätestens dann, wenn die Babyboomer in Rente gehen, haben wir ein Riesenproblem. Dann haben wir nämlich das Problem, dass immer weniger Beiträge in die gesetzliche Rentenversicherung reinkommen und wir dafür immer mehr Rentnerinnen und Rentner haben, was ja sicherlich nicht schlimm ist. Aber schlimm ist halt eben, dass wir nicht genügend Beitragszahler haben. Deshalb, meine Damen und Herren, müssen wir hier dafür sorgen, dass wir eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung bekommen. Wir sollten aufhören, den Leuten irgendwelches dummes Zeug zu erzählen, sondern die Wahrheit sagen und einfach sagen, ja, es ist so. Viele Millionen Menschen können sich eine private Altersversorgung nicht leisten und sie setzen auf die gesetzliche Rentenversicherung. Wenn aber Löhne und Gehälter weiter, immer weiter sinken, dann können die Menschen auch als Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dann keine armutsfeste Rente bekommen. So sieht es leider in der Perspektive tatsächlich aus. Also, meine Damen und Herren, ich hole schon mal tief Luft und sage ganz einfach, so toll ist es nicht, was man uns hier vorgaukeln will. Betriebsrente, Riesterrente, Röhroprente, das ist alles ein Schuss in den Ofen. Ich bin der Meinung, das muss sofort abgeschafft werden. Die Steuermilliarden, die hier dort in diese Systeme reingepumpt werden, können ruhig gerne in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt werden. Da ist es viel, viel besser aufgehoben und ich verspreche mir letzten Endes auch von der einheitlichen gesetzlichen Rentenversicherung, dass viele, viel mehr Menschen in diese Rentenkasse einzahlen. Ich zum Beispiel zahle auch freiwillige Beiträge in die Rentenkasse ein. Ich meckere also nicht nur den ganzen Tag rum, sondern ich tue was und bin auch solidarisch mit diesem System und mit den Versicherten. Ich bin auch sehr stolz darauf, Ihr Mitglied in diesem System zu sein. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf Rentenscheid24.de. Schauen Sie sich bitte mal unseren Kanal Eine bessere Rente für alle Generationen auf YouTube an. Würde ich mich sehr freuen, wenn Sie den auch abonnieren und hier einfach mitmachen, dass wir endlich Druck auf die Parteien ausüben und hier entsprechend eine einheitliche gesetzliche Renten- und Krankenversicherung für die Zukunft hinbekommen. Ciao, ich wünsche eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.